Ronald Reng ist ein deutscher Sportjournalist und Buchautor. Er schrieb unter anderem das Buch der Traumhüter. Das 2004 in Großbritannien als erstes ausländisches Buch mit dem Sportsbook of the Year Award in der Kategorie Biografie ausgezeichnet wurde. Der Traumhüter erzählt die wahre Geschichte des Fußballtorwärts Lars Lese. Von 1996 bis 2001 wohnte und arbeitete Reng als Sportjournalist in England. Seitdem wohnt er in Barcelona. Er schreibt unter anderem für die Taz und die Süddeutsche Zeitung über Fußball, aber auch über Randsportarten wie Frauenhockey. 2007 wurde er zum Klagenfurter Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. Im Jahr 2010 schrieb er in Zusammenarbeit mit Theresa Enke die Robert-Enke-Biografie Robert Enke – Ein allzu kurzes Leben. Zwischen 2001 und 2010 wurde er in neun Jahren siebenmal mit dem großen Preis des Verbandes Deutscher Sportjournalisten für die beste Sportreportage des Jahres geehrt. 2010 wurde er mit dem Dietrich Oppenberg Medienpreis für herausragende journalistische Beiträge zum Thema Lesekultur ausgezeichnet. Im November 2011 erhielt er in London für seine Biografie über Robert Enke die Auszeichnung William Hill Sportsbook of the Year, die als ältester und bedeutendster Sportbuchpreis der Welt gilt. Reng war in 23 Jahren der erste Autor, der nicht in Englisch schreibt, der mit dem Preis prämiert wurde. Zudem wurde seine Enke-Biografie in Großbritannien auch zum Football Book of the Year 2012 gekürt. Auch in Polen wurde das Werk 2015 von einer Fachjury zum Sportbuch des Jahres gewählt. Das Buch ist inzwischen in weitere Sprachen übersetzt worden. Im Jahr 2013 erhielt er von der Deutschen Akademie für Fußballkultur für sein Werk Spieltage die andere Geschichte der Bundesliga die Auszeichnung als Fußballbuch des Jahres. Eine hochkarätige Jury, der unter anderem der Publizist und Fernsehmoderator Roger Wilhelmsen angehörte und zeichnete Spieltage die andere Geschichte der Bundesliga auch mit dem NDR Kultursachbuchpreis 2013 aus. Ronald Reng hat mit seinem ungewöhnlichen Sachbuch die Jury überzeugt, präzise recherchiert, informativ, Spannend und zugleich literarisch erzählt er die Geschichte der Bundesliga von ihren Anfängen bis zur Gegenwart und schildert dabei klug und nie langweilig. Wie die Liga sich zur Unterhaltungs- und Wirtschaftsmaschine entwickelte, hieß es in der Begründung der Jury. Publikationen Der Traumhüter Robert Enke Spieltage Barca Die großen Jahre Der Traumhüter Der Traumhüter Der Traumhüter Der Traumhüter Vielen Dank.